Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich deinen Facebook-Account per Handy richtig löschen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Anleitung hier funktioniert für den PC und für das Deaktivieren von deinem Konto übrigens relativ ähnlich, weswegen du diese Anleitung hierfür auch auf jeden Fall anwenden kannst. Zuerst einmal müssen wir ganz normal unsere Facebook-App öffnen, dann hier oben rechts einmal auf die drei Striche draufgehen, nach unten scrollen, auf Einstellung und Privatsphäre klicken und dann hier auf unsere Einstellungen einmal gehen. Jetzt erscheint hier oben eine Suchleiste, auf diese gehe ich einmal drauf und dann am besten einfach Löschen eingeben und nun sollte auch wie hier schon relativ schnell dein Konto und deine Informationen löschen. Hier kann ich jetzt mal draufklicken und dann kommen wir zu der Seite, wo ich jetzt entscheiden kann, ob ich mein Konto wirklich dauerhaft löschen möchte oder ob ich es auch einfach nur deaktivieren möchte, dass ich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren kann. Da ich mein Konto aber ganz sicher löschen möchte, gehe ich hier unten einmal auf Konto löschen, dann unten diesen blauen Balken weiter und Konto löschen. Jetzt komme ich zu einer Seite, wo Facebook natürlich nochmal probiert, ob ich es vielleicht nicht doch nur deaktivieren möchte. Das will ich nicht. Hier könnte ich auch nochmal meine ganzen Informationen wie Profilbilder und so weiter runterladen. Einfach nach unten durchscrollen und dann auf Konto löschen klicken. Als nächstes muss ich aus Sicherheitsgründen noch einmal mein Passwort eingeben. Laut Facebook ist es anders einfach nicht möglich und das mache ich jetzt mal noch. Wenn das geschehen ist, hier auf weiter klicken und jetzt kommt nochmal die Frage, ob ich es wirklich dauerhaft löschen möchte. Ja, ich möchte das Konto löschen zum ungefähr fünften Mal, also auf den Balken Konto löschen klicken und schon wird es automatisch gelöscht. Bevor ich es vergesse, dieser Vorgang hier kann laut Facebook noch bis zu 90 Tage in Anspruch nehmen, bis es wirklich dauerhaft komplett entfernt ist. Und somit haben wir jetzt auch schon den Facebook-Account durch unser Handy richtig gelöscht. Wenn dein Smartphone jetzt schon etwas älter ist und du dir einfach ein neueres, hochwertiges mit einer stabilen Schutzhülle hier hinten dran zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken, jetzt einen relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft hier überfahren. Wenn du dir also eins von diesen Zählen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.